Aber ich hasse dich, wer die ergenutzt nicht gleich. Bist du behindert? Der Ball ist drin! Jetzt Spanien unter Zugzwang, sie liegen hinten! Wie sie ganz wieder Sonne spielen. Einwurf jetzt! Markus Sorente. Ich klinge den Belieb, doch zwar in Schwarz. In der Tür. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Aber bei der Tür ist ja riesig zu hoch. Sie holen sich hier den Ball. Diori André. Diori André. Ball im Seitenhaus gibt jetzt natürlich einen Wurf. Tschüri. Diori. Tschüri. Szecho Busquets, dazwischen. und damit ist der ball weg der ballverlust jetzt gibt es hier vielleicht die chance unglaubliche parade die fans geben alles die wollen den ausgleich den lenkt er gut über die latte ich habe alle gekostet waren die schmier-alge im urat an die latte weiter diese szene immer noch gefahr unglaubliche parade er bleibt weiter ein wofür die spanier das hätte brenzlig werden können ich weiß man muss sogar bewusst schicken regulär ist da ist die chance gefährlich immer doch gut aufgepasst von der eher aber wenn du denkst immer 100% benötigt da oben der vorne den ball ja warum denn nicht man muss auch mal aus der distanz was versuchen ich habe mich nicht mehr und ich habe mich nicht mehr das ist ja das war natürlich eine tolle parade aber die Delikation kann ich nicht mehr da kommt der Schuss Tor für die Spanier und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen eine enge eine spannende Partie da trennt er ihn fair vom ball da haben sie Platz jetzt vielleicht der Konter sieht nicht ungefährlich aus hoher steilpass jetzt schöner Konter aber dann dieser Abschluss ja und das wissen sie natürlich auch sowas darfst du nicht liegen lassen da musst du abgezockter sein fünf Minuten dann ist die reguläre Spielzeit oben und das Resultat ist denkbar knapp nur ein Tor trennt die beiden Teams Zechko Busquets mit dem Zweikampf Ferran Torres ah ärgerlich Ballverlust vielversprechender Spieler auch noch ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können aber glaube ich gleich noch nicht aber nicht mehr Döde weg ist der Ball Lothar Matthäus jetzt wäre Zeit für eine Flanke zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit es gibt noch eine Ecke das ist vielleicht nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich Abwehrversuch scheitern Szene geht weiter toll gemacht vorbei am Verteidiger da ist er da er steht gut und holt sich den Ball Ball ist weg schon am Ende ist es hier also eine Niederlage und der Rückstand auf die Tabellenspitze na nimm mal mit deinem Team kann ich gewinnen weiter gleich